So zusammen sind wir wieder hier in der Schmiede in Steel Rising bei Oijin, dem Meister der Maschinen. Ich habe jetzt noch einmal aufgelevelt und habe die Tränke also höherwertig gemacht. Ich dachte, ich könnte eher mehr machen, aber da braucht man den Lavalier-Katalysator und dass es mehr Points gibt, den Verstärker, ich habe das nicht mehr gewiss, aber ich habe es verstärkt. Wenn ich jetzt etwas tränke, ich habe immer noch drei, aber drei Zehner von den Ölkänden oder so etwas Ähnliches. Und das ist ein Postel, das ist der Schmiede Meister, da seht ihr schon an dem komischen Nebel, wo er wabert. Ach du, halt. So, Biolen, der Feuer ist jetzt, also das heißt, könnte man unter Umständen Blitz rausnehmen. Ähm, Band, Blitz raus und da, achso, ich habe Feuer drin, Blitz brauche ich nicht. Ich habe doch irgendwas gekriegt. Ich habe auch immer Feuer, überhaupt. Rostgranate habe ich auch. Warte mal, könnte vielleicht nützlich sein. Brandgranate habe ich hier drin. Ich brauche aber Abwehr, Feuerabwehr. Ich dachte, Brandgranate ist jetzt nicht so sinnvoll. Blitz. Aber die Blitzgranate könnte sinnvoll sein. Habe ich nicht keine Feuerabwehr, ich habe doch irgendwas gekriegt. Warte mal, bin ich falsch? Ne? Was ist das? Gegeblitz, gell? Oder? Wer isoliert? Isoliert ist, gut. So, Fiole der Feuerresistenz haben wir sie wichtig. Kurzzeitig, ne? Wie immer, ne? Also, so drei Sekunden, drei bis fünf. Also, das ist von Antoine Lavasseur. Lavasseur, aha. Der einmaligen Verwendung. Okay, dann gehen wir mal neu. Irgendwie, wenn ich weiß wo, dann ist... Da unten, da müssen wir runter. Ist der leer oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Was hängt denn da? Was hängt denn da? Was hängt denn da? Okay, das scheint aber irgendwie... Ich sehe jetzt momentan noch keiner. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht allein, ne? Irgendein Geselle noch dabei. Kann ich ihn markieren schon? So wie in Dark Souls 3, ne? Vom Dach runter. Ein stabiler Schmied. Schneller muss er hin. Und... Geh aus Tickung. Frostgranate, mal neu. Gut. Noch eine hier. Und Lähmgranate. Oh! Oh, oh. Ich hab gar nicht aufgepasst eben. Hat der Hämmer durch? So ein... Ist ein Hämmerer? Oh, das macht nix. Okay. War nicht schlecht aber, oder? War gar nicht so verkehrt. Okay, hat gewirkt. Wenn er jetzt keinen Feuerangriff macht. Hämmert wieder. Hab ich noch was anderes? Könnte ich noch? Ich hab keine Frostgranate mehr. Wow, hat der eine Reichweite, ne? Mit seinem... ...glühenden Stab. Das war nicht. Ich bin... So, jetzt nehm ich aber für Retter. Mir lieber. So. Nicht gut. Ne, ich weiß. Weißtens nichts, was ich da mache. Okay. Okay. Okay, wir sind überhitzt. Mach nix, mach nix. Mach nix. Eckis. Mach da nix draus. Es geht gleich wieder vorbei. Todesmodul. Und noch ein Modulschlüssel. Jetzt könnte man so... Ach da hinten kommen. Jetzt könnte man so ein Ding da neu hauen. Aber... So, jetzt geht es. 1200, 1300. Anime. Anima. Anima Essenz. Wo machen wir das? Der läuft doch. Aha. Oh. Langsam. Gotokumo Streitwege. Ne, das sind... Das sind... Transportwege. Sens eines tapferen Geistes. Weiß jetzt nicht, wo wir sind. Aber ich mache jetzt erst einmal... Das Ding auf, da. Westalline. Ach so, langsam konnte ich es merken. Ja, ja. So, haben wir irgendwas. Jetzt haben wir drei Modulschlüssel. Und... Aha. Merkst du was? Wir sind neu gestürmt, alles. Was war denn das, oder? Ach, da steht da... Ne, da hängt... Oh! Da hängt... Oh! Was haben wir da jetzt auch gesammelt? Und brauchen sie... Brauchen sie was? Warten... Warten... Schnell! Ah, Herr Off! Oh! Mensch! Gebrühe! Warte mal... Wir können ja hier... Reanimieren. Wir schauen noch einmal kurz... Dass da... irgendwo noch eine Truhe versteckt ist. Das Feuer schwellt noch. Gut, da... Wenn die Dinger kommen... Da... Ich ist da ganz schön warm anziehen. Lebt ihr noch? Nein. Okay... Es sieht aber so aus... Es ist ja alles so verwirrend, ne? Weil... Das Auge... Das ist noch nicht so geschult... Für... Für die Gegenstände, die nützlich sind. Ich... Warte mal... Warte mal... Haben wir jetzt... Ich muss gucken... So... Ähm... So... Kriegen wir jetzt eine wieder dazu... Das habe ich... Das kann ich rausnehmen... Oder den Dreck... Aus Granate... Brauche ich nicht... Okay... Lähm brauchen wir wieder... Und... Mal neu machen... Was habe ich denn da jetzt neu gemacht? Alles mit... Gut... So... Und schon sind wir wieder vollgeheilt... Verbesserungen... Modulplätze... Drei Schlüssel... Platz A... Also... Das sieht so aus... Als wenn... Alle... Die... Gleiche Anforderungen stellen... Du hast drei... Ja... Hab ich gesehen... Ah... Erkerbung mehr drin... Okay... Waffen... Jetzt habe ich zwei Guss... Ich dachte... Ich hätte jetzt auch noch einen Bronzerbacher gekriegt... Ich habe halt die... Äh... Die... 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 schade berette katalysator habe ich nicht und verstärker habe ich erst genutzt okay wenn ich nichts machen mit 1300 braucht 2980 mittlerweile gut dann fast stufe überhaupt stufe 500 zurück ausrüstung nix nach dem module macht im moment wie mache ich das jetzt stufe 2 kann ich immer noch nicht mehr so dass mut so dass man kriegt dieses modul erhöht leicht stehen von egis verursachten physischen schaden und ihrer wucht wenn sie kaum noch leben naja bis fast immer zu vermeiden so tagebuch einmal nach das war das jetzt das kann man so weit gesehen oder das nix schlosslatenne die automaten die schlange die großkatzen die militärischen aufgaben des schmied unterscheiden sich nicht von seinen ursprünglich er stellt immer noch waffen und automatenteile her dank einiger neuerung kann er jetzt jedoch mögliche feinde abwehren und seine produktionswerkzeuge verteidigen ja gut dann mache ich mit dem module muss ich mich erstmal beschäftigen dann gehen wir da hoch bevor wir rausgehen tür ist offen da müsst ihr eigentlich noch die möglichkeit zu dem andere zukunft der uns da noch letztens gefehlt hat in der sammlung auch vom freundel her also ehrlich nur gut da wieder ersteht ne doch kommen noch ein ölkente achte ist noch einer ich denke eben die sind doch selten allein wir haben wieder eine fiole dazu bekommen das ist neusch der neusch und noch eine jetzt haben wir wieder und so ein alter stand weil mutter liegt was zum leser wenn wir wenigstens und sammler immer schon durch sind reservebestände so dass es gießerei verzeichnet ok die latin produktion wird ohne das material zum erliegen kommen dann sollen sie halt kätzen nehmen oder war das das jetzt moment naja das ist ganz woanders oder doch da dann kann man da überall irgendwie was ausstellen das gucken wir da überall irgendwie was ausstellen ach jetzt bin ich doch schon durch die tür haben wir geöffnet da ist unser fighting place scheint nix mehr in der fässer zu sein schau an so langsam ganz ganz gemütlich oder ok langsam hat er dreht sich was liegt kohle oder sind wir jetzt weil das war man oder war man es war das am hafen da ist der krone da sind wir herum gehobbelt da wollte ich ja noch da hoch irgendwie aber funktioniert alles zu hier kann ich schon was ausstellen ach du nur noch reparieren mit was aktivieren hopp man kann hinüber man kann hinüber man kann hinüber gerade noch mal gucken ja aber die gegner sind jetzt alle wieder da ne denkst du schon es gibt also hier das ist man jetzt gar nicht kann nicht auffallen so auf den ersten moment schnell reisen ist hier nicht möglich hat der nächste biker was schnell reisen ist leider nicht möglich oder es kommt erst viel später dass man dann zwischen den einzelnen revieren sage ich mal den departements hin und her reisen könnte eventuell vielleicht aha moment jetzt ganz kurz die die kopflosen jetzt sind wir aber richtig genau also das war jetzt ein rundweg ne ich habe da über bin ich ja irgendwie oder was weiß ich keine ahnung aber ich wollte da rüber das ist ja nicht gegangen jetzt sind wir aber richtig ist der guckt er her oder guckt er in die andere Richtung wenn er in die andere Richtung guckt ne der guckt er in die andere Richtung ne der guckt er in die andere Richtung boah halt engst im raum mit einer fighten wir haben ja am motz reichweine ne wenn ich so sage darf okay doch einer aus geht sammelt eine ganze kraft egis und du hast ihn niedergestreckt mit zwei fischer heben so wie du es gelernt hast haha okay nice oder very nice so jetzt bin ich mal gespannt wir müssen ja zurück das hat jetzt so auch die abkürzung sein dann können wir das gerät in bronze stecken wenn wir da alles eingesammelt haben betäubungsmodul aha das verstärkt betäubung da muss ich mich echt mit beschäftigen ich fliege momentan nicht durch so ist es warte mal da komm mal ne das ist tatsächlich nur eine lampe so eine kerze oder was oder so eine led leuchte können wir da jetzt einfach nur nach springen warte mal dort drauf ne das ist nicht gut oder so so wir könnten doch jetzt rasten wenn wir wollten wenn wir wollen ne dann äh ach so wir hätten auch dort drauf springen können jetzt auch bloß durch liegt vielleicht noch ein item oder was ah mensch ich habe nichts mehr okay du er geht es ich auch nicht alles klar dann tun wir das da jetzt mal in betrieb setzen kommt er auch zu ne wir steigen da mal locker rein nach oben elegant ne wie sie da umstolzieren Achtung es geht los Freunde ein der die die ich du wach was der herr der maschinen mit dem marquis de la paillette sprechen es ist ja oder die automaten sommer mit dem rede ich habe eigentlich gar keine lust wenn ich das mache ich ein schönes bild war oder woher die rote gelippe auch gemalt wiederholt sich also es gibt nicht so wie in elten ring dass man die dialoge mehrmals ausstoßen muss okay 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 Die Maschinen schreit auf der Esplanade. Das ist schrecklich. Ich habe die Werkstatt gebrochen, um etwas Licht auf das Thema zu geben. Aber zu keiner. Wenn ich nur den Abbot hörte. Aber vielleicht ist es noch Zeit. Hör mir. Du musst finden Abbé Grégoire. Er weiß alles über Vaucanson und seine Maschinen. Wo kann ich ihn finden? Er hat es auf sich, um eine gut-intentionalte, aber gefährlich, Mission zu sein. Wenn er noch ist, wird er auf der Societe des Amis des Noirs, in Place Saint-Méry. Hier. Geben die Schlüssel. Es wird sicherlich für Sie. Ich muss auf eine Sache der wichtigsten Rolle. Wenn meine Offizierungen zu glauben, die Menschen in Arms sind für den Marquis de Lafayette als der General. Ah! Und es ist meine Aufgabe, zu antworten. Zu Frau Cansons. Bocasson. Bocasson heißt ja. Pferdeloser Kutsche. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen uns zu kurz nur um. Denkt ein Dorf. Keine Ahnung. Aber... Ach gut. Alles rumgebaschelt. Der Typ, ja. Geht aus dem Verkehr gezogen. Ehrlich. Ehrlich. Aber da liegt was. Einer an der königerischen Notiz von Monsieur de... Okay. Von Eugine. Hör, ihr fragt mich den Grund für meine Unruhe. Vergisst ihr, dass ich Frank Cansons es war, der die Maschine eigentlich erschaffen hat. Diese verfluchte Nacht in Modern. Ich fürchte, was ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen. Es wäre genug gewesen, wenn der arme davon seine Seele Gott überlassen hätte. Doch nein, er musste. Okay. Hier endet der Brief. Alles klar. Soweit habe ich alles verstanden. Monsieur de Cagliostro. Wir freuen uns zu hören, dass ihre Vestalinen bereit zur Aufstellung an den vereinbarten Orten sind. Beten wir, dass die bei den Versuchen aufgetretenen bedauerlichen Ereignisse sich nicht wiederholen. Das Phänomen, das sie als Rissbildung bezeichnet, bebereitet mir große Sorgen. Sorge. Wir dürfen keine Maschinen auf die Stadt loslassen, die nicht unter ihrer Kontrolle stehen. Aha. Da gibt es scheinbar Probleme. Ach. Sorry, ne? Bis wir sehen. Das ist ja die Kutsche, ne? Oder? Sieht gut aus, Freunde. Finde ich. Der Kutscher wartet auf uns. Machen wir noch einen Screenshot. So. Dann. Ansonsten. Ah, Moment. Ne. Halt, das war nur eine Spiegelung. Da geht es noch nach unten. Wir sind ja da vorne rein. So. Dann. Gut. Oh, mitnehmen. Eine Notiz des Gehilfene Guedon. Wir sind verraten worden. Okay. Okay. Ja. Das lese ich jetzt nicht. Das ist mal so lange jetzt. Ehrlich. Schon schon nichts mehr tun zu sein, oder? Der Kamin ist aus. So muss es sein. So. 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 Ohne. Tell me, will you give her a name? Relikt der Tänzerin. Ja was von Normals gekriegt, da ist es. Das Bild, das ist das Bild der Tänzerin. Ich muss das äußern oder was? Was willst du mit dem Bild? Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Oh Gott, hängt alles voll. Ja, wie kommen wir da jetzt runter? Das ist ja der Eingangsbereich. Okay, das ist jetzt momentan wurscht. Wir machen erstmal einen Cut und schauen uns noch ein bisschen um. Hauen wir noch ein paar von den Blechbüchsen durch die Gegend und steigen noch ein paar Mal auf. Okay, dann mach's gut, bis denn.